Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kampf um den Kurs. Dieses Mal fahren wir gegen denjenigen, der seine Namen immer so wunderbar herrlich verändert. Und dieses Mal hat er sich wieder was ganz tolles ausgedacht und zwar den Namen... Jetzt macht mir das Spiel den Spannungsmoment kaputt. Und zwar den Namen VorderTF. Nee, ich werd's lassen. Wir fahren heute Dekaschikane gegen Black. Für diejenigen, die es noch nicht bemerkt haben, das ist Blacks Me, ja. Und wunderbar herrlich, da Black in den letzten Tagen den Schikane-Weltrekord geholt hat. Und das wird eine Tortur. Nein, so wollen wir gar nicht reingehen in das Match. Wir wollen versuchen hier tatsächlich zu gewinnen. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, dass das funktionieren wird. Weil der VR, den hatte ich mir mal angesehen, der sieht schon echt beeindruckend aus. Aber sowas muss man natürlich auch erstmal umsetzen können. Und das im One-on-One, wo man ständig geschubst wird. Und vor allem auch Schikane beim Doppel-SC, wo man auch ganz gerne mal weggeschubst wird. Das heißt ja noch lange nicht, dass man das auch alles auf die Strecke bringen kann, was man da im TT fährt. Und deshalb gehen wir hier ganz unbedarft in das Match rein, so wie immer. Und versuchen hier ein bisschen was zu reißen. Erstmal wieder ohne SC. Mal gucken, wie Black so... Er fährt den SC und er wartet, glaube ich, sogar ganz kurz. Aber er hat den SC verkackt, so wie das hier aussieht. Das heißt aber noch nicht, dass das das war. Weil Black wird, wenn er jetzt so weit hinten ist... Okay, er ist in den Shy Guy gefahren. Das ist natürlich auch super. Wird, wenn er so weit hinten ist, seine Imba-Taktiken auspacken. Und seine Imba-Taktiken sind... Imba. Nein, keine Ahnung. Da kann er nochmal rankommen mit, wenn wir Pech haben. Deshalb müssen wir vielleicht in Runde 3 nochmal den Double-Cut ziehen. Das wird dann... Ja, keine Ahnung. Black meinte, er wäre schlecht drauf momentan auf der Strecke. Aber sowas glaube ich ihm nicht. Wenn er sowas sagt, dann will er mich damit nur für ein... Äh, für ein... Nein. In Sicherheit wiegen. Genau. Mir fallen gerade keine Worte ein. Okay, nochmal gefailt. Sehr gut, sehr gut. Weil jetzt können wir... Ja, jetzt brauchen wir eigentlich auch keinen Double-Cut mehr ziehen. Oder? Kommt es mir nur so vor, da kommt er immer wieder ran. Das ist... Naja, den Abstand, den er teilweise hat... Naja, egal. Das wird schon klappen. Und mit so einem 1-0-Entführung setzen wir ihn schon unter Druck. Das ist bei ihm... Okay, wir haben jetzt sehr viele Matches gegen ihn gespielt. Und ich glaube, im ersten Match haben wir am häufigsten... Also im ersten Rennen haben wir am häufigsten gegen ihn gewonnen. Und danach haben wir dann halt immer verkackt. Und sowas müssen wir halt probieren auszustellen. Jetzt mal nach dem ersten Rennen wieder völlig neu an das Match rangehen. Und davon ausgehen, man hätte das noch gar nicht gewonnen. Und ja, manchmal fühle ich mich da einfach halt schon zu sicher, wenn mir das erste Rennen geschenkt wird, so wie jetzt. Und nein, ich fordere keinen TF. Ich kann es gerne noch 30 Mal in diesem Part erwähnen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, TF ist einfach langweilig. Ich meine, wenn ich keine Chance habe auf einer Strecke... Habe ich TF schon mal gefordert? Ja, hatte ich schon mal, genau. Aber nicht mal gegen Black. Ich hätte ja so schon versagt. Also, wenn ich eine Strecke absolut nicht kann, ich mache gleich weiter. So, nochmal. Jetzt verpasse ich schon die Aussätze hier. Also, den Ending-Part quasi. Ja, wenn ich auf einer Strecke null Chance habe, dann ist es, glaube ich, sowohl für mich als auch für euch Zuschauer relativ langweilig dazu zu sehen. Weil, okay, ich kann ein bisschen off-topic was sagen. Aber dann könnte ich im Prinzip auch so einfach labern und nicht dazu MKW spielen. Weil das Match hat dann null Anspannung. Zumindest stelle ich mir das so vor. Also, ich weiß ja nicht, wie es bei euch steht. Ob ihr mich einfach gerne fahren seht. Oder ob es da tatsächlich... Okay, jetzt probiert er gar nicht mehr den Double-Cut. Das ist jetzt interessant. Das hätte ich nämlich jetzt gar nicht gedacht. Also, er hat zwar im Voraus schon angekündigt, okay, er wird nicht unbedingt versuchen, jetzt hier immer die übelsten Double-Cuts zu ziehen. Aber er hat nie erwähnt, dass er gar keinen Double-Cut ziehen will. Höh, wie sei da jetzt vorbeigekommen? Das war ein wenig laggy. Leider. Ja, und jetzt hat er eben das geschafft, was bis jetzt noch kein anderer so wirklich mich unter Druck setzen konnte. Weil jetzt bin ich natürlich unter dem Druck des Double-Cuts so ein bisschen. Den muss ich jetzt irgendwann mal ziehen. Aber das könnte man auch schaffen. Da bin ich mir... bin ich auch überzeugt von. Da sind wir ganz gut angefahren. Jetzt einfach mal hier rum. Genau, wunderbar. Und jetzt hier hoch. Nein, schade. Da hatte ich ein bisschen zu wenig Tempo drauf. Schade drum. Aber naja, irgendwie... Da war es schon wieder. Trinken. Ja, ich nehme das übrigens direkt im Anschluss zu Goldmine auf. Oder zumindest fast direkt im Anschluss. Hat der da gefailt? Weil ich bin doch nicht so weit weg gerade. Probieren wir jetzt einfach nochmal Double-Cuts zu ziehen. Mit ein bisschen Glück können wir ihn dann tatsächlich nochmal unter Druck setzen. Das ist eigentlich gar nicht möglich scheint. Aber er ist gar nicht so weit vorne. Man sieht ihn ja da vorne noch. Also, vielleicht haben wir da noch sogar die Möglichkeit. Aber auch erst, wenn wir den überhaupt schaffen. Und das sieht gerade schon nicht danach aus. So, jetzt sieht es gar nicht schlecht aus. Jetzt hier nochmal rum. Aber nee, das reicht nicht. Da müsste er jetzt schon nochmal in Shy Guy reindonnern. Und das traue ich ihm in seiner One-on-One-Erfahrung eben nicht zu. Naja. Ist jetzt noch ein, 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 ein... Ein, 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 ein weiteres Rennen gewesen. Ich kann nicht mehr reden. Es tut mir leid. Nein. Wie gesagt, direkt im Anschluss zur Goldmine. Ich habe jetzt noch einen Hustenbonbon gelutscht. Und dann geht es auch so weit. Ist okay. Zumindest vom Reden her geht es so weit. Das wollte ich damit ausdrücken. Vom Fahrerischen her ist das wieder eine ganz andere Sache. Da bin ich ein wenig mit mir unzufrieden, dass ich den SC nicht geschafft habe in der zweiten Runde. Obwohl ich ihn meiner Meinung... Ja. Das war nicht schlecht von ihm. Das war, glaube ich, aber unbeabsichtigt. Mich da um die zu rammen. Ja, ich glaube, das war wirklich unbeabsichtigt. Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat, wie es aussah, kein Minitour bekommen. Und jetzt landet er da. Nicht im Offroad. Schade. Das hätte ja klappen können. So, jetzt versucht er aber auch den Double Cut. Und da muss ich natürlich hinterherziehen. Wenn ich da nicht hinterherziehe, dann ist er ganz weg. Deshalb, äh, ja. Jetzt hat er aber wieder so ein bisschen Sicherheit gewonnen, leider. Und jetzt wird es ganz schwierig, hier nochmal ranzukommen. Oh, da hat er aber ein bisschen was verpatzt, gerade. Also, obwohl er hier den WR hat, ist er nicht gerade der sicherste Fahrer. Das ist... Kann man... Kann man jetzt schon feststellen. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der beste Fahrer auf, äh, dicker Schikane. Aber, ja, wenn ich das schon so denke, dann denken das die Pros auf der Strecke sowieso. Und von daher, joa. So, jetzt hier nochmal einen Stunt ziehen. War jetzt nicht ganz so optimal. Wir ziehen einfach nochmal SC. Und genau dann, wenn er nicht den Cut zieht und ich ihn ziehe, verkacke ich ihn. Das war unnötig. Das war richtig unnötig. Und jetzt hat er das Rennen auch schon gewonnen. Ja. Das war jetzt so das erste Match, wo sich wirklich zeigt, dass, wenn man den Double Cut nicht kann, er einfach keine Chance hat auf der Strecke. Zumindest, wenn man jemanden vor sich hat, der den Double Cut kann. Aber irgendwie, es kommt mir echt so vor. Jetzt leckt es sogar noch ein bisschen. Es kommt mir echt so vor, als wäre es nicht ganz so schlimm, wenn man den Double Cut mal runterfällt. Ich meine, der Abstand zu ihm, okay, der ist jetzt deutlich größer als im zweiten Rennen. Aber, der ist nicht ganz so groß, wie man es von anderen Strecken gewohnt ist, wenn man runterfällt. Also ein bisschen weh kürzt man da natürlich schon ab. So, hier ziehen wir einfach nochmal Double Cut. So müsste man es machen. Und so habe ich es halt nicht hinbekommen. Leider. Oder? Hat er da nochmal einen Shy Guy Dotzer bekommen? Er hat nochmal einen Shy Guy Dotzer bekommen, aber ich kann es leider nicht bestrafen. Schade drum. Wäre ich da doch ein bisschen schneller gefahren an den anderen Stellen. Er hat echt nicht mehr so viel gefehlt. Wenn er ein bisschen Pech gehabt hätte und nach dem Shy Guy Dotzer das so ein bisschen komisch gelandet wäre, ja, dann hätte er hier kein Land mehr gesehen, leider. Blöd. Und jetzt die Vorentscheidung im Non-Item-GP. 1 zu 3 oder 2 zu 2, das ist hier die Frage. Und ich hoffe, wir können sie positiv beantworten für uns. Jetzt hier am besten nicht wieder auf denselben Fehler reinfallen. Ich glaube echt nicht, dass das beabsichtigt war am zweiten Rennen, aber das kann Black ja sicher nochmal in die Kommentare schreiben. Und das war jetzt super dämlich. Und warum ich da jetzt noch einen Außen-Drift bekommen habe, weiß ich nicht. So. Jetzt wird es schon mal schwierig, hier wieder ranzukommen. Ähm, so schon mal nicht auf jeden Fall. So, jetzt zieht er keinen Double-Cut. Dann probieren wir ihn einfach. Er kriegt aber einen Gegendrift. Und wir schaffen es nicht rüber. Ich hätte doch nur nach unten gedrückt halten müssen, dann wären wir drüben gewesen. Aber nein, ich Depp kann es natürlich nicht umsetzen. Ich hätte einfach auch mal nicht SC fahren müssen. Aber wir sind zum Glück wieder dran, weil er hier die Kurve auch nicht ganz so gut bekommt. Ich jetzt auch nicht, aber... Eher halt auch nicht. Oh, das ist ein spitzen Match hier. 46er-Runde, herrlich. Ne. 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 Das hätte ich schon lange bestrafen müssen. Was er hier für Fehler teilweise abzieht. Aber ich bin halt selbst gerade fehlerbelastet. Mann. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber vielleicht nochmal ein bisschen mit Skill. Jetzt probiert er auch den Double-Cut. Ne, doch nicht. Hä? Was macht der da manchmal? Sieht sehr seltsam aus. So, der Double-Cut hat uns wieder rangebracht. Und er fährt in den Shy Guide. Da habe ich ausnahmsweise mal die letzte Kurve besser gezogen als mein Gegner. Was selten der Fall ist, zugegeben. Aber er ist wieder dran. Und jetzt heißt es, äh, Doppel-SC oder nicht? Ich glaube, wir ziehen ihn. Weil Blackkin nicht so viel Abstand hat. Und jetzt, äh, fährt er auch ganz gut. So, unter dem Druck des Double-Cuts muss der jetzt auch irgendwie funktionieren. Das ist schon mal extrem behindert angefahren. Und jetzt aber ziehen. Ja, passt. Wunderbar. Jetzt nur nicht von ihm wieder einholen lassen. So, letzte Kurve. Nicht ganz so gut rumgekommen, aber er auch nicht. Und das ist der Sieg. Boah. 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 Das war... Also so schlecht bin ich den SC, glaube ich, noch nie angefahren. Aber obwohl man ihn so schlecht anfährt, ist er schneller als die normale Route. Zumindest meistens. Das hat man in der Runde davor auch gesehen. Da war ich relativ schlecht. Bin aber nochmal um die Sekunde, um die zwei Sekunden fast schon rangekommen an ihn. Und das hier jetzt war vielleicht ein Timesaver von 0,5 bis 1 Sekunde, würde ich mal behaupten. Im Vergleich zum Nicht-SC. Aber er hat natürlich noch was gut gemacht. Äh, Glück. Also zumindest von dem, was Black sonst so abliefert, verglichen zu dem, was er jetzt hier so macht, das ist schon ein starker Unterschied. Ich hatte da mehr von ihm erwartet. Äh, und genau deswegen jetzt nochmal auf Spiegel, wo der SC, wo er den SC wahrscheinlich noch weniger kann, schätze ich jetzt einfach mal. Ne, das war nicht ganz so gut geworfen. Ich muss das probieren mit der Fake am Anfang, weil wenn er jetzt halt einen Red Shell hat, dann... Ne, er hat einen Green Shell, okay. Aber er hat noch ein zweites Item, so viel steht fest. Joa. Einfach mal probieren durchzufahren. Wenn es nix wird, dann haben wir Pech gehabt. Aber Schikane, wie gesagt, das ist nun mal eine Frontrun-Strecke größtenteils. Da kann man mit Frontrun sehr viel erreichen. Gerade weil der Gegner auch immer unter dem Stress steht, ja, wirft er jetzt was zurück oder nicht? Oder fährt er irgendwie gurkig? Das ist natürlich auch eine andere Möglichkeit. So, jetzt könnte man... Nein, könnte man nicht. Ich wollte versuchen, ihn vielleicht zu snipen, aber er hatte da die Idee, mir einfach gleich das vorzusetzen, damit ich erst gar nicht in die Versuchung komme. So, jetzt hier lang. Passt soweit. Joa. Aber mit Black hat man halt immer im Item-GP knappe Matches. Ne? Und wenn er jetzt einen Red Shell hat? Ne Bombe! Das war gut gelegt. Ich hätte da natürlich irgendwie noch ausweichen können, aber das war mir jetzt so nicht bewusst, wie ich das hätte machen sollen. Joa. Und wir müssen jetzt immer noch ein 2-2 erreichen. Das ist nicht ganz so einfach. Ja, Pilz. Das ist jetzt... Naja. Der Shy Guy war unnötig. Aber jetzt kommt man sowieso eigentlich nur noch mit einem Blue Shell wieder ran. Oder wenn er halt da in die Fakebox reinfahren würde, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Ein Pilz. Joa. Ne, das war jetzt... Na, komisch. So, und jetzt erlebt die Premiere, wie Sozi den SC sein erstes Mal auf Spiegel probiert. Es wird spannend. Ja. Hey, das sieht gar nicht schlecht aus. Cool. Also, naja, gut. Erstes Mal probieren ist vielleicht ein bisschen, äh, Fehl am Platze, die Aussage. Schade, wenn er da nochmal in Shy Guy reingefahren wäre, das wär's gewesen. Aber leider nicht. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal so langsam wieder ein Rennen gewinnen. So langsam wird's aber echt mal Zeit, dass uns jemand die Strecke abnimmt eigentlich. Weil auf Schikane... Ich mein, meine Lines auf Schikane sind eigentlich voll für den Arsch. So viel kann man festhalten. Okay, da hat er nochmal... Da hat er schon mal das richtige Item weggenommen. Ja, das war jetzt blöd von mir. Ja, und das war sehr gut von ihm gemacht. Da hatte ich keine Chance, da auszuweichen, weil ich da irgendwie natürlich hoch muss. Ansonsten hab ich einen Zeitnachteil. Oh, 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 oh. Aber drei Rote sind gut. Drei Rote sind sehr gut. Wenn die ankommen. Das ist halt auch immer... Ein großes... Oh, er fährt falsch rum. Ja, und jetzt kriegt er die Rote noch ab. Und zwei Stück sogar. Ja. Ich weiß nicht, was Black hier macht. Also, das war auch schon wieder eine sichere Führung für ihn. Und die so zu verspielen, das ist... Ja, vielleicht hat er nach dem letzten Sieg über ihn, also unsererseits den letzten Sieg über ihn, ein wenig Respekt vor mir... Respekt vor mir bekommen, nicht Respekt. Und hat jetzt auch mal Schiss, wenn er gegen mich fährt. Das wär ja cool. Auch wenn das meistens absolut unbegründet ist. Naja. Kann man so machen. Muss man nicht. Was kann man noch erzählen? Ich bin... Ich merk's gerade selbst. Nein, der war sehr gut gelegt. Und jetzt kommt der... Oh Gott. Ja, jetzt legen wir hier noch einen hin. Aber er fällt runter. Also, dieses Match ist echt ein Showdown der Gurken. Das kann man echt nur so sagen. Unglaublich. Er fährt falsch rum, kriegt zwei Redshells von mir ab. Ich fahr einfach dumm in die Fakebox, krieg ein Redshell ab und im selben Moment fällt er noch runter. Also, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch, so wie ich mich kenne, meine eigene Fakebox nachher reinfahren. Aber der Abstand sollte eigentlich reichen, wenn jetzt kein Blue Shell mehr kommt. Und selbst wenn der Blue Shell kommt, muss der schon an einer echt blöden Stelle kommen, damit er da noch aufholen kann. Oder halt den Double Cut ziehen. Das ist halt die Alternative. So, da sind wir gut rumgekommen. Schöne Sache. So, was kann ich noch erzählen? Genau, da waren wir ja irgendwie... Ja, Halsschmerzen haben sich seit dem letzten Match, seitdem ich das LP-Tab, ein bisschen behoben. Und ja. Ja, ich erkenne dir das, wenn man gegen Erkältung was tut. Zum Beispiel Orangensaft oder Multisaft trinken oder so. Irgendwas mit Vitamin C zugemixt. Und sobald die Erkältung rum ist, findet man dieses Getränk extrem eklig. Oder Hustenbonbons. Ich kann Hustenbonbons außerhalb von Erkältung echt nicht abhaben. Und O-Saft und Multisaft eigentlich auch nicht. Das ist voll seltsam. Ja, und nächste Woche geht dann bei mir der Unibetrieb richtig los. Ich bin echt gespannt. Empfinde auch schon so ein bisschen was wie Vorfreude. Ich hoffe, das wird nicht in den Boden getreten. Ich hoffe es wirklich nicht. Aber er macht das hier schon ganz... Ich versuche jetzt mal die Fakebox an derselben Stelle zu legen. Ja, es funktioniert. Wunderbar. Danke für den Tipp, Black. Ich werde es natürlich gerne umsetzen. Ich bin extrem lernfähig. Ich hoffe, das merkt man. Bestes Beispiel, was ich dazu mal so ein bisschen anekdotenmäßig erzählen kann. Ich war früher mal in einem Schachclub. Äh, im jugendlichen Kinderschachclub. Und da sind wir einmal auf ein Turnier gefahren. Und auf dem Turnier hat man natürlich übelst verkackt, weil wir einfach sauviele extrem gute Leute dabei waren. Und vor diesem Turnier kannte ich Schäfer-Matt noch nicht. Für diejenigen, denen das was sagt, Schäfer-Matt... Äh, oder eher denen, denen es nichts sagt. Schäfer-Matt ist das kürzeste Matt, was man erreichen kann. Das ist eine Vier-Züge-Folge. Wenn der Gegner nicht weiß, was das Schäfer-Matt ist, hat er eigentlich direkt verloren. Oder wenn er nicht intuitiv dagegen agiert, was aber meistens nicht der Fall ist. Ähm, ja. Und so hatte ich das Schäfer-Matt eben im ersten Spiel auf diesem Turnier gegen mich erhalten. Und war voll Depri. Und hab mir dann gedacht, hö, wie geht das denn? Was hat der denn da gemacht? Und diese Abfolge hab ich mir gemerkt. Und in den nächsten zwei Matches auf diesem Turnier eingesetzt. Das war knapp. Und, äh, dadurch dann zwei Matches gewonnen. Mit dem Schäfer-Matt, was eigentlich ziemlich nubig ist. Weil Schäfer-Matt kennt eigentlich jeder. Jeder, der ein bisschen mehr mit Schach zu tun hat, oder der Schach kennt, kennt Schäfer-Matt. Okay, das ist schade. Das hätte schöner ausgehen können. Aber noch ist nicht vorbei. Er ist gerade mal dran. Das heißt noch nicht, dass er vorne landet. Äh, jetzt versucht er hier, glaube ich, noch den Double-Cut. Aber den muss er jetzt auch erstmal schaffen. Und das schafft er sogar. So, jetzt probier ich hier noch, mir ein Item zu holen. Ziel, komm. Ein Red Shell. Ne, der hätte es bringen können, wenn er richtig reagiert hätte. Aber ne. Schade, das wär der Sieg gewesen. Oh, wie so den Blue Shell gegen mich. Naja. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch ein Rennen. Und da können wir noch das Unentschieden erreichen. Und dann hätten wir das Ding gewonnen. Alles entscheidet sich im letzten Rennen. Juhu. Und jetzt mal nochmal ganz unbedarft am besten an die Sache rangehen. Nicht vor Augen führen, dass es das entscheidende Rennen ist. Und nach Möglichkeit vielleicht direkt am Anfang auch wirklich ein Item bekommen. Und zwar hier. Ja. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt ein Red Shell... Ja, Red Shell wunderbar. Und er hat die Fake. Er hat die Fake. Er hat nicht die Fake. Ne, hat er nicht. Sonst hätte er sie wahrscheinlich schon eingesetzt. Richtig. Und hier hab ich leider jetzt kein Item bekommen. Das ist immer ne Scheiß-Situation. Wenn der Gegner ein Item hatte, man selbst nicht. Jetzt lässt er mich vor? Fragezeichen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er damit bezweckt jetzt. Hat er vielleicht einen Green Shell, mit dem er mich abschießen will? Ich hol mir aber lieber mal ein Item. Wow. Das ist jetzt irgendwie... Also wie ich das hier gezogen hab, das sah sehr episch aus irgendwo. So. Jetzt snipe mir hier ein bisschen weiter außen. Ne, das hat er bemerkt. Das war nicht ganz so weit außen. Da hätte ich eigentlich noch weiter nach außen ziehen müssen. Dann wär das drinnen gewesen. Aber naja, er kann mich ja nicht vorlassen, weil er einen Blue Shell hat oder so. Weil er kann... Ja. Hier hat er einen Red Shell. Jetzt hat er noch einen Red Shell. Die treffen aber ehrlich gesagt meistens nicht, wenn man sich nicht dumm anstellt. Hat er die Wolke? Ne, hat er nicht. Aber er hat noch einen Red Shell. Und das wird mein Tod. Äh, jetzt muss ich hier irgendwie probieren. Ne, so nicht. Ja. Ich wollte probieren, an ein Item zu kommen. Aber das war natürlich jetzt nicht so ganz gut. Ach man, 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 man. Jetzt hat er die Wolke. Aber die reicht leider bis zum Ziel. Wo hat er denn noch ein Item gezogen? Komisch. Äh, so. Was ziehen wir jetzt? Wir könnten mal den Blue Shell gebrauchen. Das wär nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass uns der gewehrt wird. Deshalb. Ne. Jetzt ziehen wir die Wolke. Okay. Ich behaupte einfach mal, das war's. Jetzt können wir natürlich probieren, nochmal den Double Cut zu ziehen. Aber mit Wolke ist das fast unmöglich. Schade. Schade, schade, schade. Ich würde es ja gerne aufs Glück schieben, aber leider habe ich auch ein bisschen Selbstmist gebaut, sodass man das Match nicht rein aufs Glück beziehen kann. Ähm. Ja. Aber ich sag mal so, wenn Black weiterhin so fährt, wie er heute gefahren ist, dann wird TF, äh, dann wird Schikane wahrscheinlich relativ schnell an einen anderen Vorderer fallen. Zumindest an einen, der schickt, der den Doppel-SC beherrscht. Naja. Immerhin haben wir diese Strecke jetzt mal wieder abgegeben. Hat ja auch was Positives. Jetzt können wir mal wieder mal ein paar neue fordern. Ja. Äh. Glückwunscher Black. Und ich hoffe, euch hat's mal wieder gefallen. Auch wenn's jetzt leider mit einem traurigen Ende ausgegangen ist. Aber was soll's. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Matches. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.